Das kennst du sicherlich, wo irgendwie der Schüler den Lehrer fragt, ja, Herr Lehrer, warum lernen wir denn hier die ganze Zeit Mathe? Das brauchen wir doch überhaupt nicht in der Praxis. Und dann sagt er, naja, warum gehen Profisportler ins Fitnessstudio? Ja, die heben ja auch keine Gewichte auf dem Feld. Hi zusammen, neue Folge. Ich möchte mal wieder über das schönste Thema sprechen, Bildung. Ich freue mich heute über meinen Gast Tom Bacham. Tom, grüß dich. Hi, schön hier zu sein. Wie geht's dir? Ja, gut soweit. Ich bin ja in meiner Heimatstadt, denn ich bin Kölner. Und jetzt auch anlässlich Karneval stoße ich dann auch mal kurz an. Ich bin zwar alt geworden und nehme nicht mehr jeden Tag mit, aber freue mich wieder hier zu sein. Und ich bin ja nach Berlin gezogen, da reden wir gleich sicherlich drüber, warum. Deswegen geht's mir gut. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute an einem Tag auf Altweiber. Kann also sein, dass hier gleich die Bude gestürmt wird, aber ich bin ja froh, du verstehst es ja als Urkölner. Ich habe ein Kostüm im Koffer. Ta-ta-ta. Aber wir haben, du, wir haben ein wichtiges Thema. Wir hatten gerade auch im Vorgespräch, ich hatte ja schon gesagt, ich bin so ein Mix aus schockiert, was du mir so gesagt hast. Aber teilweise verstehe ich auch Dinge. Ich habe hier ein Zitat. Wir stehen an einem Wendepunkt im Bereich Lernen und Lehren, wie wir ihn in tausend Jahren nicht gesehen haben. Den habe ich oft in meinen Vorträgen. Dann gucken mich Leute immer an. Ich sage, der ist aus dem Jahr 2012. Sal Khan hat das damals gesagt. Ich sage immer, ich spars immer, ich dachte 2011, ich wäre spät dran mit Videos und irgendwie tun wir uns irgendwie schwer und ich würde meinen Einstieg machen mit, warum tun wir uns hier in Deutschland so schwer, dieses so wichtige Thema Bildung aufzugreifen, aber auch wirklich mal transformativ aufzugreifen, wirklich zu ändern. Und auch Sachen zu unterstützen, ob das jetzt dein aktuelles Vorhaben ist, die Code, oder das, was ich mache mit meinem Plattformgedanken. Was, wo tun wir uns schwer hier in Deutschland? Also ich würde erst mal überhaupt in Frage stellen, ob das nur in Deutschland ist. Deutschland ist da, glaube ich, nochmal besonders schwierig. Aber leider ist meine Beobachtung, dass das nicht nur für Deutschland gilt, sondern Bildung ist ja doch in den allermeisten Ländern sehr, sehr traditionell immer noch sehr altmodisch und auch sehr ungleich verteilt. Da sind wir sogar in Deutschland sozusagen noch am weitesten, dass zumindest durch das staatliche System und den freien Zugang für alle auch zu, sag ich mal, gleich schlechtwertigen Hochschulen zumindest alle irgendwie was ähnliches kriegen. In anderen Ländern hast du da ja mehr Unterschiede, vielleicht teure Privatschulen oder Hochschulen, die dann ganz großen Unterschied machen. Da siehst du dann gleichzeitig immerhin mehr Innovation. Aber also erst mal würde ich sagen, das ist ein weltweites Problem und das gibt mir immer sehr zu denken, denn ich glaube, da liegen ja so noch ganz andere strukturelle Gründe dahinter, als nur sozusagen die deutsche Bürokratie oder das deutsche Denken. Aber in Deutschland ist es halt, glaube ich, deswegen besonders behäbig, weil wir halt eben ein sehr starkes staatliches Bildungssystem erschaffen haben. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, staatliche Systeme innovieren nicht gut. Also ich meine, die staatlichen Hochschulen und die staatlichen Schulen, die werden ja gefühlt wie Behörden und es erwartet auch niemand, dass Behörden innovativ sind, beziehungsweise von der Vorstellung haben wir uns alle schon längst gelöst. Und gleichzeitig warten wir jetzt irgendwie alle darauf, dass das Schulsystem jetzt mal einen großen Sprung macht. Und ich bin da leider extrem pessimistisch und habe auch keine richtige Lösung am Horizont. Also ich arbeite sozusagen an meinem kleinen Beitrag dazu und du genauso, aber ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie da mal der große Knall kommen soll, der das dann wirklich nachhaltig aufräumt. Bleiben wir mal dann bei deinem Beitrag, weil ich glaube, es ist eben abhängig davon, dass die, die Beiträge leisten, dann eben auch jetzt wirklich gepusht werden, gefördert werden, dass sich die aber auch treffen. Ob das jetzt Menschen sind, Institutionen. Ich sage mal, von deiner Historie her, du hast dir Coding selber beigebracht und zwar zu einem Zeitpunkt, ist ja schon ein paar Jährchen her, wo es nicht wie heute so unfassbaren Zugriff auf Wissen gab. Wo man jetzt sagt, hey, ich hole mein Smartphone raus, da ist so viel Wissen, Videos, freie Online-Kurse ist ja der Wahnsinn. Du hast das schon genutzt in jungen Jahren, um eigentlich schon Business-Modelle draus zu machen. Du hast sowas Verrücktes gemacht, du hast ja selber gesagt, irgendwann mal, du bist ein bisschen verrückt. Ganz klar. Zu Anfängen von YouTube, Sevenload damals mitgegründet, lebenslauf.com. Und ich sage mal, eigentlich hattest du ja eine Route, wo du sagst, naja, ich kann ja auch einen Weg gehen, der, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen entspannter ist. Und dann entscheidest du dich, eine Uni zu gründen. Was um Himmels Willen treibt, hat dich angetrieben, treibt dich immer noch an? Weil es ja so immens wichtig ist, eben wie du sagtest, neue Konzepte nicht nur zu denken, sondern in die Umsetzung zu bringen und damit zu fördern. Was treibt dich an? Also erstmal möchte ich da ansetzen, du sagtest eben 2011, dachtest du, du seist spät dran sozusagen mit Online-Lernvideos. Ich habe die Grundidee für die Hochschule, die Colt University in Berlin, die ich gegründet habe, habe ich auch schon 2005 gehabt. Denn da habe ich selber mein Studium begonnen und du hast das schon richtig beschrieben. Ich habe als Jugendlicher also das große Glück gehabt, dass ich recht früh irgendwie gemerkt habe, dass ich also ein guter Autodidakt bin und dass ich mir selber Wissen aneignen kann. Und das, was man heute vielleicht als Growth Mindset bezeichnen würde, das habe ich sehr früh entdecken können. Und habe sozusagen gemerkt, hey, da gibt es ganz viel, und das gab es damals schon, Wissen und Zugang zu Wissen draußen im Internet. Und für das Thema Programmieren gab es das halt schon sehr früh, weil das Internet ist ja sozusagen von Techies gemacht. Und das war damals schon so offensichtlich, dass ich gemerkt habe, als ich dann selber 19 war und es zum Studium ging, 2005, dass da die ganzen Informatikstudiengänge halt alle extrem theorie- und wissenslastig waren. Und ich halt irgendwie gemerkt habe, aber das in Anwendung zu bringen und auch die praktische Entwicklung von Software, dass das nochmal was ganz anderes ist. Und gleichzeitig war ich immer ein Mensch, das ist, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Kombination, also einerseits sozusagen Techie by Heart, seit ich Teenager bin. Und andererseits immer sehr viel und sehr gerne mich mit Menschen umgeben und sehr sozial und immer sehr viel gemerkt, dass also vor allem ich von anderen Gleichaltrigen und von, also Peers nenne ich das heute, viel gelernt habe. Viel mehr als eigentlich von den Lehrern oder Professoren. Und das war auch in meiner Uni, an der ich dann war, auch hier in Köln so, das war nämlich eine kleine Business School. Weil bei Business Schools gibt es schon sehr lange, das ist ja etabliert, selbst in einem so stark staatlich geprägten System wie Deutschland, private Hochschulen für BWL. Das sind ja die Business Schools. Und es gibt aber quasi, das ist mir damals dann schon klar geworden, warum gibt es keine Tech Schools? Weil 2005 hat auch schon jeder Softwareentwickler gesucht, es war völlig klar, die Welt wird, also dominiert werden im nächsten Vierteljahrhundert und mehr durch digitale Technologien. Und das gab es aber nicht. Ich bin dann an der Business School gelandet und habe da, naja, also habe da das Drumherum sehr genossen, aber BWL war jetzt halt sehr oberflächlich für mich als Fach. Und bin danach dann aber zum Glück auch in die Startup-Szene gerutscht und habe sozusagen eben mehrere Startups aufgebaut, mehrere verschiedene Projekte, die so das Thema eigentlich Wirtschaft und Technologie zusammenbringen. Und habe aber seit jeher davon geträumt, irgendwann mal diesen Ort zu kreieren, irgendwann mal diese Tech School zu bauen, die das wirklich cool und modern aufbaut, dass das, was eigentlich die Informatikstudiengänge viel zu theorielastig machen, glaube ich. Und der Kern von dem, was wir da tun und auch meiner Überzeugung ist, dass wir nicht primär ein Skillset vermitteln oder irgendwelche Tools beibringen, sondern dass wir wirklich ein Mindset kreieren. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar ein Mindset fördern, was in den Leuten schon vorhanden ist, wenn sie zu uns kommen. Und was meine ich damit? Also ich sprach eben von dem Growth Mindset. Das ist sozusagen die Erkenntnis, dass man selber also stetig wachsen kann und sich nicht aufzugeben und sich selber neue Dinge aneignen kann, statt irgendwie ständig zu sagen, ich kann das nicht oder das ist nicht mein Ding. Und ich glaube, diese Grundveranlagung, diese, man kann auch sagen, Selbstwirksamkeit, die muss eigentlich schon in der Jugend, in der Schule irgendwo kreiert werden. Und das passiert heute sehr oft zufällig oder durch die Familie. Und diese Menschen finden dann bei uns die perfekte Heimat. Also Leute, die wirklich sagen, ich habe gemerkt, ich kann am besten lernen, wenn ich irgendwie Spaß an etwas habe, wenn ich da wirklich Lust habe, mir das selber beizubringen, wenn ich mit Freunden daran arbeite. Und die finden bei uns an der Code University eine prima Heimat. Denn bei uns ist eigentlich das ganze Studium wie so ein dreijähriger Hackathon, wo du immer nur an Sachen arbeitest, also die du dir selber aussuchst und auf die du Lust hast. Da wir ganz stark davon überzeugt sind, wenn du eben getrieben durch deine, wir nennen das Neugier, Curiosity, also hier Curiosity Driven Education, dafür steht Code auch, dann funktioniert es am besten. Ich finde den Satz, learning is productive failing, ist sogar eines unserer Mottos. Gerade jetzt, wir müssen es eben sagen, wir sind aktuell noch Chat-GPT-Hype, im KI-Hype. Anderes Thema, dass man sich da noch mehr mit beschäftigen sollte. Aber da ich selber gerade in der Studie bin, Neurowissenschaftler dabei ist, wie haben wir als Kind gelernt, zum Beispiel eine Sprache? Da hat keiner irgendwie Vokabeln hingelegt und Vokabeldrills gemacht, sondern wir haben zugehört, wir haben gemacht, wir haben getestet. Das ist nicht so gut und irgendwann sprichst du auf einmal. Das ist irgendwie so, wie wir als Kinder doch eigentlich schon Dinge erlernt haben. Dann auch mit Emotionen, mit Spaß und eben nicht so getaktet, wo auch das Schulsystem, glaube ich, gerade dann eben hakt. Also jetzt Montagmorgen setzt euch hin, jetzt machen wir erstmal Drill und ganz anders, als du gesagt hast, eigentlich ist es doch genau jetzt der Zeit auch super entsprechend, das, was ihr macht. Also eigentlich müsstet ihr doch in den letzten fünf Jahren durch die Decke gegangen sein, neue Standorte. Woran scheitert das? Die Welt tickt doch so, es macht Spaß. Ihr habt wahrscheinlich auch die Rückmeldung, wow, es hat was gebracht. Jetzt denke ich mir, warum kleben wir noch in dem System, weil du auch mal gesagt hast, irgendein Professor hat euch mal die Rückmeldung gegeben, ich glaube Informatikprofessor, nee, dieses Project-Based und also, nee, also lieber Drill. Ja, man muss ja schon die Grundlagen in Mathe verstehen und so, das war eben ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, ich sage auch ganz oft, das Bildungssystem wurde, glaube ich, irgendwie auf den Kopf gestellt, verglichen mit der Art, wie wir natürlich lernen. Denn also immer, wann immer du eben Menschen beobachtest, die sich etwas als Hobby oder eben als Kinder, du sprachst gerade davon, wie wir Sprache lernen, erschließen, dann fangen sie ja sehr spielerisch an und arbeiten sich eigentlich über die Zeit vor bis zum vielleicht sogar theoretischen Kern. Also wie habe ich zum Beispiel Programmieren gelernt, indem ich mir einfach Code sozusagen von anderen oder gerade so bei Websites und Webdesign kann man sich ja wirklich auch den Code HTML, CSS, JavaScript angucken und dann habe ich da Veränderungen vorgenommen. So starten die meisten, das nennt man dann oft so Script-Kiddies oder die bauen dann irgendwelche kleinen Hacks ein, so in ihren Browser oder was weiß ich, oder fummeln am Computer rum. Und das heißt, du nimmst erstmal etwas Bestehendes, ohne dass du es ganz verstehst, veränderst daran, drehst an ein paar Knöpfen und merkst, aha, da tut sich was. Und dann über die Jahre habe ich dann irgendwann auch mehr und mehr verstanden, warum das denn eigentlich funktioniert, was ich tue und viele Sachen verstehe ich bis heute nicht. Also ich bin zum Beispiel deutlich schlechter wahrscheinlich in Mathe als du. Ich hatte zwar noch den Leistungskurs, weil es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe dann sozusagen mich konzentriert eben auf die Anwendung. Und die meisten Menschen denken ja, dass also Programmieren so ist wie vor der Matrix sitzen irgendwie und die ganze Zeit noch irgendwelche Rechnungen machen. Das ist wirklich total falsch. Es ist letztendlich wie, keine Ahnung, wie Lego bauen oder wie mit Bauklötzen spielen. Und das ist also eine sehr, ja, eine sehr ingenieursmäßige Geschichte eigentlich, wo man etwas bastelt. Aber um auf deine Frage einzugehen, warum wir da so rumkrebsen, also erstmal muss man sagen, wir sind jetzt fünf, sechs Jahre alt als Hochschule und erstmal ist das schon sehr, sehr gut eingeschlagen. Also wir sind mittlerweile 600 Studierende und ich kann sagen, da können wir auch noch ins Detail gehen, die Studierenden blühen extrem auf, sind extrem glücklich und extrem erfolgreich. Wir haben über 50 Unternehmen, die schon gegründet wurden in diesen fünf Jahren von unseren Studierenden, also viele Startups. Wir haben ganz viele Absolventen, die wirklich bei Firmen von irgendwie Amazon über Facebook, über Google und natürlich auch dem deutschen Mittelstand sind. Und das Modell klappt total gut für unsere Studierenden. Und gleichzeitig ist sozusagen, habe ich halt bewusst eine physische, eine Präsenzhochschule gegründet, weil ich eben glaube, je mehr die Technik sich entwickelt und je mehr auch jetzt solche Sachen wie künstliche Intelligenz eine Rolle spielen, desto wichtiger ist eigentlich diese menschliche Verbindung zu schaffen. Weil die ganzen, dieses Mindset einerseits und das dazugehörige Skillset, was wir vermitteln, das sind vor allem zwischenmenschliche Skills. Man nennt die auch oft 21st Century Skills. Also wie arbeite ich mit anderen Menschen zusammen, Kollaboration, wie kommuniziere ich mit anderen und bei uns lernen die halt ganz viel auch in Gruppen zu arbeiten. Weil realistischerweise wird ja eigentlich fast alles in unserer Wirtschaft heutzutage, also durch die Zusammenarbeit wieder Menschen entwickelt und eben selten von einer Person allein. Und das funktioniert sehr, sehr gut und kommt sehr, sehr gut an. Wir sind aber natürlich stark limitiert dadurch, dass wir einerseits eine private Hochschule sind in Deutschland, denn so eine Innovation wäre jetzt auch anders nicht möglich, also im staatlichen System. Das heißt, wir müssen uns irgendwie finanzieren, denn viele wissen nicht, dass wir als private Hochschule kein Geld vom Staat kriegen, denn Deutschland schützt letztlich seine staatlichen Hochschulen, weil das muss man ja auch so ein bisschen sehen. Ja, das ist ja auch ganz viel, sag ich mal, Politik und so ein Politiker, der wird auf ein paar Jahre gewählt, aber so ein Präsident von einer Hochschule und so, der ist da vielleicht länger und also unterschätzt mal nicht den Einfluss von sozusagen diesen Wissenschaftlern und Amtsträgern an staatlichen Systemen, was die für einen Einfluss auf die Politiker haben. Und wir sind ja eine Konkurrenz sozusagen, weil wir führen die ja vor. Wir zeigen denen sozusagen, wie leicht man innovative Bildung machen kann, obwohl sie an ihren Jahrhunderte alten Unis das irgendwie nicht hinkriegen. Und das heißt, der Staat unterstützt da leider recht wenig und deswegen müssen wir also zwangsläufig Studiengebühren erheben, wenn wir irgendwie dafür sorgen wollen, dass das Interesse unserer Studierenden im Fokus steht. Ich könnte mir jetzt auch Geld irgendwie bei ganz vielen Unternehmen und so holen, aber dann würde ich ja auch wieder Leute für die Unternehmen produzieren. Und da bin ich dann schon, also da glaube ich schon sehr an auch die Grundidee und den deutschen Bildungsgeist zu sagen, Bildung ist was Ganzheitliches, was für den Menschen da ist und sozusagen, wir wollen keine Fachidioten irgendwie ausbilden. Sondern wirklich jemanden möglichst gut aufs Leben vorbereiten. Naja und private Hochschulen sind gerade in Deutschland genießen die halt einen sehr, ja sehr elitären Ruf, was übrigens gar nicht stimmt. Also wenn man sich genau anguckt, wer wo an privaten Hochschulen studiert, es gibt ja sehr viele auch kleine Fachhochschulen, dann ist das gar nicht so. Aber so, ich glaube kaum einer kommt auf die Idee, dass man überhaupt, wenn man irgendwas mit Technologie machen will, das auch an einer privaten Hochschule machen kann. Und deswegen muss ich immer wieder dafür sorgen, dass die Leute uns kennen, dass die Leute von uns wissen, weil sonst finden uns einfach nicht genügend Menschen so. Das ist eigentlich eines der Hemmnisse, die es gibt. Ja und das andere, dass es halt eben kein Geschäftsmodell ist, mit dem du aus kapitalistischer Sicht, naja so viel Geld verdienen kannst, wie jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen großen Online-Startups oder Investments. Und da fließt halt das Geld doch dann eher hin. Ich sehe halt jetzt, ich will nicht sagen, eklatante, doch ich sage es, eklatante Parallelen eben zum Schulsystem, weil ja, ich meine, unser letztes Gut, Bildung, ja, Köpfe. Und gerade unser Nachwuchs, in dem du jetzt darüber gesprochen hast, weil sich ja auch viele Lehrkräfte jetzt Gedanken machen, genau das eigentlich zu etablieren, irgendwann in der Schule. Ja, und gerade wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so Oberstufenschülerinnen und Schüler verfolge, das wäre doch so toll, genau das konzeptionell auch mal, auch mal zu machen, was du jetzt erzählt hast. Vielleicht um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen nochmal. Vielleicht, und das ist ja mein Ansinnen auch, warum ich so viel Content produziere, ich bin ja wieder Fan vom Glücksprinzip, sage ich oft, tu dreien was Gutes, die machen wieder das mit dreien. Vielleicht haben drei jetzt etwas dann aufgenommen und machen das mal als Projekt in ihrer Schule und dann machen das wiederum andere. Deshalb, wie genau ist nochmal euer Ansatz? Wie stelle ich mir das jetzt eben vor? Ich gehe also nicht montags bis freitags im Vorlesungsprinzip, höre mir etwas an und mache dann irgendwann eine Prüfung, sondern du sagtest, es ist eigentlich ein dreijähriger Hecke von wie genau ist das? Und vielleicht im Hintergedanke, wenn jetzt eine Lehrkraft zuhört, wie man das vielleicht mal projizieren könnte auf die Schule, wie man das mal umsetzen könnte in der Schule. Also es gibt dafür, es gibt da draußen auch super viel Forschung, die auch bestätigt sozusagen, dass solche Lehrkonzepte, wie wir die haben, also in den meisten Fällen deutlich effektiver sind. Und ich glaube, die kann man auch finden und die kann man sich anschauen. Und zwar ist es ein Kern, was wir machen, eigentlich projektbasiertes Lernen. Das ist eines der Schlagwörter. Und ein anderes Schlagwort ist selbstgesteuertes Lernen und kompetenzorientiertes Lernen. Und jetzt gehe ich mal da rein, was das bedeutet. Also dieses projektbasierte Lernen, das entspricht eigentlich am ehesten dieser Idee des Hackerfonds, das kommt jetzt zumindest aus der technischen Welt. Das heißt, unsere Studierenden finden sich immer zu Anfang des Semesters, also man muss dazu sagen, das erste Semester ist bei uns so ein Orientierungs- und Einführungssemester. Da sollen noch ganz viele andere Sachen entstehen und da haben die ein bisschen mehr Zeit. Aber dann im Kernstudium ist es so, zu Anfang des Semesters kommen alle zusammen und werfen Projektideen in den Raum. Das können dann sowohl Studierende sein, als auch Professoren, als auch zum Beispiel Partnerunternehmen, die wir auch haben, die dann irgendwie sagen, wir haben hier eine Herausforderung. Sagen wir mal jetzt ein Student kommt zum Beispiel und sagt, ich möchte irgendwie eine App entwickeln für Pfandflaschensammler, damit die irgendwie, keine Ahnung, bei den Leuten zu Hause die Pfandflaschen abholen können. Weil ich merke irgendwie, dass ganz viele Leute, dass es immer zu lässig ist, die wegzubringen und andere Leute brauchen die gerne. Da kann man doch irgendwas mit Technologie machen, um dieses Problem zu lösen. Oder auch ganz komplexe Projekte, wo ein Professor kommt oder wie meint, ich glaube, ich möchte gerne irgendwie eine Drohne befähigen, sozusagen verschüttelte Lawinenopfer zu orten und den Behörden dann zu helfen, die Leute zu finden. Und wo es dann immer erstmal ein grobes Ziel gibt und natürlich schon ein bisschen abgesteckt, was ist wohl der Weg dahin und was für Rollen braucht so ein Projekt. Und dann sagen die meistens, dazu brauchen wir irgendwie zwei, drei Softwareentwicklerinnen oder Entwickler und irgendwie einen Designerin oder Designer und dann noch irgendwie einen, das nennt sich bei uns der dritte Studiengang neben Softwareentwicklung und Design, Produktmanagerin oder Produktmanager. Das ist dann oft so Projektkoordination, Steuerung, auch oft die Abstimmung zum Beispiel, sagen wir mal jetzt mit Behörden, wenn man sicherstellen will, dass vielleicht so eine Drohne dann auch benutzt werden würde oder sowas. So und diese Positionen sollen dann besetzt werden und dann werben alle um ihr Projekt und sagen, hey, möchtet ihr nicht hier irgendwie mitmachen, das ist ein spannendes Projekt und dann finden sich solche Teams zusammen. Und jetzt muss man ja erstmal sagen, wenn die dann recht stark an den Start ihres Studiums sind, dann wissen die vielleicht noch gar nicht, wie man Software entwickelt oder wie man jetzt sozusagen diese Rollen einnimmt und das lernen die wirklich on the go. Also wir werfen die Leute sehr stark ins kalte Wasser, weil wir, weil wir gemerkt haben, dass wenn die Leute erstmal verstehen, aha, sozusagen, um so etwas wie diese App für Pfandflaschenzusammler zu entwickeln, braucht es verschiedene Rollen und jetzt bin ich in dieser Rolle, dann können die schon mal viel besser, irgendwie haben die schon viel größere Motivation zu sagen, ah gut und jetzt muss ich also lernen, sozusagen, jetzt muss ich irgendwie wissen, welche Programmiersprache kann ich dafür verwenden, welche Art der Sachen brauche ich. Und dieses Wissen, das können sie sich dann einerseits, also uns ist eigentlich egal, wo sie sich erschließen, sie können sie sich einerseits übers Internet erschließen, weil es ist unglaublich viel Wissen und Videos und alles über Softwareentwicklung da draußen und auch viel bessere Kurse, als wir die neu aufnehmen könnten. Also wir müssen ja nicht das Rad immer neu erfinden und natürlich auch Bücher, wir haben dann also auch zu jedem dieser Fachbereiche, haben wir sozusagen lange Listen an kuratierten Ressourcen und Empfehlungen. Also wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, sind hier tolle Bücher, hier tolle Online-Kurse und wir haben die Professorinnen und Professoren, die sozusagen als Lernbegleiter und Coaches eigentlich die ganze Zeit da sind und die auch ihre Fachbereiche haben, die man fragen kann und die auch regelmäßig natürlich auch irgendwie Veranstaltungen anbieten, also Learning Units, wo sie dann auch mal seminarartig das schon in ein paar Stunden erklären. Aber das steht eben viel mehr im Hintergrund bei uns als bei anderen und ich glaube in der Schule müsste es auch ganz oft viel stärker so sein, dass man also gerade diese Interdisziplinarität hervorhebt, weil die, finde ich, macht die Dinge erst spannend. Ich sage nämlich immer, um nochmal bei unserem Beispiel zu bleiben, also nur eine Softwareentwicklerin könnte eine App irgendwie funktional vielleicht machen, aber die will keiner benutzen, weil die einfach nicht gut aussieht und nicht gut benutzbar ist und das machen dann die Designerinnen und Designer. Und aber nur die Designerinnen und Designer, die könnten was Schönes machen, was aber nicht funktioniert. Und dann gibt es halt noch die Produktmanagerinnen und Produktmanager, die können sich tolle Konzepte entwickeln und sicherstellen, dass das auch wirklich ein Problem löst, was da draußen irgendwie gebraucht wird. Ja gut, aber die können ja sonst das dann nicht in Umsetzung bringen und nur zusammen hat man dieses wahnsinnige Erfolgserlebnis, am Schluss etwas zu haben, was funktioniert. Und jetzt denken wir mal in Schule, das ist ja total schade, dass diese Fächer auch oft so separiert betrachtet werden, weil fast alle Sachen in der Welt haben ja mehrere Betrachtungswinkel. Und da gibt es auch Ansätze, ich bin wirklich nicht der Experte für Schulen, aber ich habe da auch immer wieder Sachen gelesen, da gibt es auch ganz viel, glaube ich, Materialien und so zum Beispiel, wie man dann irgendwie einen Bienenstock, glaube ich, betrachtet, sowohl aus mathematischer Sicht, das ist ja sehr faszinierend mit den Bienenwaben und den Sachen, die dahinter stehen, als auch aus historischer Sicht, biologischer Sicht, aber natürlich auch vielleicht wirtschaftlicher Sicht, also wie relevant sind Bienen für unsere Wirtschaft und die Produkte, die sie generieren und, und, und. Und ich fände es viel toller, wenn man also so zumindest da schon mal Sachen hätte, die diese ganzen Bereiche abdecken und diese Vielfalt und die dann auch jedem Schüler und jeder Schülerin ermöglichen, ihre Stärke und ihre Rolle in solchen Sachen zu finden, weil ich finde es so schade, dass auch so viele halt Skills, die total wichtig sind, irgendwie in der Schule nicht gewertschätzt werden, also zum Beispiel handwerkliche Fähigkeiten. Du hast in meinem Vortrag gesagt, eben keine Fächergrenzen mehr, keine Silos, das ist ja genau das, glaube ich, was du gerade beschrieben hast, wo wir jetzt ja gerade immer noch, leider Gottes, hocken. Ich gehe in der ersten Stunde zur Mathe, dann zur Physik, dann zur Bio, dann zur Informatik, dann ist Schluss, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was alles, wo ist der Zusammenhang, dabei ist der ja da und jetzt ist die Zeit, das eigentlich umzusetzen. Und jetzt aus der Erfahrung, weil ich ja sehr stark im Schulbereich auch unterwegs bin und viele Rückmeldungen habe, weil ja viele dann fragen, ja, wie sollen wir es denn einführen, wir haben das Curriculum und müssen das machen, wie sollen wir noch Freiräume machen, Administratives, ich will gar nicht rumholen, sondern ja Impulse geben. Und ich finde, es ist eben abhängig vom Menschen und hier spielt bei aller Digitalisierung, weil ich glaube, viele Lehrkräfte, vielleicht auch viele Professoren Ängste haben, werden wir ersetzt. Ich glaube, der Mensch als Lehrperson ist wichtiger denn je. Wie siehst du den Mensch als Lehrperson? Welche Rolle spielt der bei euch? Was glaubst du, welche Rolle spielt der insgesamt? Diese klassische Frage jetzt nicht mehr Lehrer, sondern Lernbegleiter, Impulsgeber, Domteur, ich weiß es nicht. Ne, gebe ich dir total recht, weil auch bei den Lehrerinnen und Lehrern und Professoren und Professoren die zwischenmenschlichen Fähigkeiten sozusagen auch da viel relevanter sind als jetzt einfach die reine Wissensvermittlung. Und Wissensvermittlung, also ich glaube, und da, das ist sehr schwer einzuschätzen, zu welchem Grad das genau passiert, aber ich glaube, die reine Wissensvermittlung in der Schule ist, wenn wir jetzt mal von der Grundschule absehen, von den Grundfähigkeiten irgendwie, totaler Schwachsinn. Und weil wir jetzt sowieso fast alles vergessen. So, also ich bringe immer das Beispiel schon gerne und sehr lange. Ich meine, ich habe auch ein Abitur gemacht, ich hatte Leistungskurs Chemie und Mathe und was weiß ich nicht, ich war super interessiert in Naturwissenschaften. Ich wusste, wie wahrscheinlich sehr viele da draußen mal, wie genau Zellteilung funktioniert. Ich konnte euch das genau mit der Osmose und allem und was weiß ich, das ist das einzige Wort, was ich kenne, beschreiben. Ich habe keine Ahnung mehr, ich müsste wirklich quasi bei Null anfangen, wenn ich es heute nochmal machen würde. Und das gilt fast alles. Also dieses Wissen ist sozusagen total vergessen worden. Und ich meine, ich habe darüber Klausuren geschrieben, in denen ich sogar Bestnoten oft hatte. Und trotzdem ist es weg und dann denkt man sich so, nein, meine Lebenszeit. Aber das ist natürlich nicht ganz richtig, denn solange das trotzdem irgendwie dazu beigetragen hat, dass ich halt dieses Mindset entwickelt habe und dass ich gelernt habe, vielleicht auch zu lernen oder dass es mich irgendwie beflügelt und inspiriert hat. Gerade bei Mathe gibt es dieses schöne Beispiel sozusagen, das kennst du sicherlich, wo irgendwie der Schüler den Lehrer fragt, ja, Herr Lehrer, warum lernen wir denn hier die ganze Zeit Mathe? Das brauchen wir doch überhaupt nicht in der Praxis. Dann sagt er, naja, warum gehen Profisportler ins Fitnessstudio? Ja, die heben ja auch keine Gewichte auf dem Feld, aber das ist sozusagen Training für den Körper und Mathe ist Training für dein Gehirn. Und das finde ich ein tolles Beispiel an der Stelle, was sicherlich auch oft zutrifft. Aber sind wir mal ehrlich, das trifft halt auch viele der anderen Fächer überhaupt nicht zu. Und das heißt, wir müssen irgendwie, es geht eigentlich darum, diese Fähigkeiten, dieses lebenslange Lernen zu ermöglichen und nicht Wissen zu vermitteln. Und ich habe das Gefühl, dass unser ganzes Schulsystem und halt auch die Vorgaben, weil ganz ehrlich, die Lehrer sind ja auch nur Opfer des Systems. Und ich meine, die sind in diesem System sozusagen aufgewachsen, die haben das studiert, die haben das drinnen, können das jetzt auch nicht mehr ändern, selbst wenn sie wollten nicht. Aber das ist eigentlich der falsche Ansatz. Weil wir sind längst in der Zeit, wo Wissen jederzeit sofort nachgeschlagen kann auf dem Handy. Es ist für mich wieder nur eine Bestätigung, weil wenn wir jetzt danach suchen oder ich suche jetzt nach diesem Ruck im Schulsystem, es wird abhängig davon sein, die zu inspirieren und zwar die Lehrkräfte, die wollen. Und ein signifikanter Teil, durch Corona nochmal befeuert, hat Bock echt was zu machen. Es sind noch Ängste da, kriege ich jetzt einen hier über den Deckel, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei der Code angerufen habe, weil wir gerade in Berlin sind. Das würdet ihr wahrscheinlich nicht abschlagen mit euren Studenten, dass jetzt eine Aktion ihr da mal macht. Also ich versuche jetzt so ein praktisches Beispiel zu haben. Da sagt sich jetzt eine Berliner Lehrerin, hey cool, ich weiß aber einfach nicht, wie ich so einen Tag machen soll. Jetzt gehe ich das mal durch, die meldet sich jetzt bei euch und sagt, könnt ihr einen Tag mit uns machen? Wäre das eine Möglichkeit? Weil dann geht der Ruck los, dann macht die das. Und vielleicht dann auch mit einer Schulleiterin und einem Schulleiter, die sagt, wir müssen nicht 80 Milliarden Anträge, also wir machen es einfach. Weil es wird allen Spaß machen, alle werden was mitnehmen, bei Gott wird es auch noch verfilmt. Die hauen es auf YouTube raus und es erreicht den Nächsten. Das meine ich damit, wie kriegen wir so diesen Domino-Effekt hin? Ich glaube einfach, es muss die Lehrkraft, die Schulleitung hergehen und sagen, jetzt setzen wir es um. Weil die Kids rennen eh schon los, sind aber irgendwie lost. Deshalb braucht es ja so Codes oder die Schule eben noch, wo wir die Kids abholen. Weil ansonsten gehen die jetzt hier in die Zukunft und dann bist du auf einmal und musst mit den Chat-GPTs agieren. Und Mensch und Maschine und Resilienz und Hilfe und Empathie und Negotiation und Scrum und Hilfe. Und dann haben wir sie nicht abgeholt. Und ich will auf diesen Impuls hinaus, hallo, die jetzt auch zuhören oder zuschauen, Lehrkräfte, Professoren, macht ihr, macht ihr so einen Tag? Total. Also was unser Ansatz ist, weil wir sind ja letztendlich, also sozusagen dieses Thema ist so groß und betrifft so viele Millionen Menschen allein in Deutschland und darüber hinaus noch viel mehr. Das können wir natürlich nicht lösen mit unserer eigenen Hochschule. Deswegen, welchen Lösungsansatz habe ich gewählt? Ich habe gesagt, ich möchte sozusagen jetzt speziell bei uns, dass eben auch das Feld irgendwie Technologie und Softwareentwicklung, aber das ist halt nur unser Beispiel. Wir sagen immer, wir wollen ein Blueprint sein, also eine Vorlage und ein strahlendes Beispiel dafür, dass man zum Beispiel ganz spezifisch auch Hochschulbildung, weil ganz ehrlich, warum Hochschulbildung? Weil das einfacher ist als Schulbildung. Also Hochschulbildung ist auch schon ätzend, die Strukturen, die Regularien, aber Schulbildung ist halt ein viel dickeres Brett. Das würde ich gerne machen, aber ich habe angefangen sozusagen da, wo es noch irgendwie mir möglicher erschien. Da wollen wir zeigen, Hochschulbildung kann modern und innovativ sein, weil wir sind eine staatlich anerkannte, also nicht staatlich, aber staatlich anerkannte, akkreditierte Fachhochschule in Deutschland. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Info an der Stelle nochmal, über die wir noch gar nicht geredet haben. Bekriegst bei uns genau dieselben gleichwertigen Bachelorabschlüsse und demnächst auch Masterabschlüsse wie an anderen Hochschulen. Und das ist eigentlich das, was uns besonders macht, dass wir gesagt haben, wir wissen einerseits, wie man die Sprache spricht, des regulatorischen Systems, des Wissenschaftsrats und mein Mitgründer Manuel Dolderer, der bei uns Präsident ist, der das Bildungskonzept so mitentwickelt hat, der hat halt gesagt, hör mal, wenn du mal in die ganzen Hochschulgesetze und all die Sachen guckst, da ist ja nirgendwo genau vorgegeben, dass das alles immer so sein muss, wie es sein ist. Sondern das ist eigentlich sehr allgemein gehalten und irgendwie machen das nur alle Hochschulen immer so klassisch mit Vorlesungen und so, aber das ist gar nicht ausgeschlossen. Naja, und wir haben halt gezeigt, die Ausrede, ja, das muss ja akkreditiert sein und das ist ja das System und so, die gilt nicht, denn wir haben innerhalb des Systems was ganz Innovatives gemacht. So, und das ist zum Beispiel ein Ding, mit dem wir inspirieren wollen und was wir machen, das funktioniert längst nicht nur für unseren Bereich Software und so weiter, sondern das ist eben übertragbar und es ist auch übertragbar auf Schulen. Genau, und wir möchten vor allem irgendwie den Mut aussprechen zum Experimentieren, den Mut irgendwie, dass wirklich einfach mal solche, ich sag mal, Projektwochen und wie das dann oft an Schulen heißt, viel öfter durchzuführen, weil die Ergebnisse in meinen Augen also viel schneller und viel besser sichtbar sind, als das die meisten so denken. Sprichst du jetzt auch, jetzt bin ich bei einem ganz anderen Impuls, nämlich nicht für Lehrkräfte, Professoren, sondern für potenzielle neue Tom Bachems, nämlich, ist vielleicht irgendwo ein Tom Bachem, der sich sagt, ich möchte jetzt so eine Hochschule für XYZ gründen und jetzt sprachst du an, dieses Thema Akkreditierung, ne, also vielleicht sind da draußen welche, die sich jetzt aber sagen, oh ne, das mit der Akkreditierung, das will wir nie hinkriegen. Habe ich dich richtig verstanden? Es geht, es ist zwar ein steiniger Weg, aber hey, wir brauchen euch, wir brauchen noch mehr, die, ich sag mal so, ich hab dich am Anfang gefragt, warum machst du das? Da ist ja irgendwie eine intrinsische Motivation, hier bildungstechnisch was zu ranzutreiben und das, anscheinend ist es ja auch da abhängig von den Gründern in diesem Bereich, so und da spreche ich jetzt tatsächlich von Gründern im Hochschulbereich, die tatsächlich neue Hochschulen gründen, neue Konzepte. Jetzt muss man sagen, also tatsächlich genau die Akkreditierung war viel glatter und einfacher als ich als Unternehmer, weil ich hatte eben auch gar keine Erfahrung damit, jemals gedacht hätte. Ich hab immer gedacht, das wird der größte, wird uns die größten Bauchschmerzen bereiten. Ich muss aber sagen, da würden wir wirklich toll mit offenen Armen eigentlich empfangen, auch vom deutschen Wissenschaftssystem, den Wissenschaftsrat. Ja, das, also das hat viel besser funktioniert, als wir dachten, die haben sich gefreut, auch mal über innovative Modelle. Gleichzeitig ist, wir sind jetzt sechs Jahre alt und wir hatten wirklich auch, also sehr viel Aufmerksamkeit in der Presse für eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Und ich hab gedacht, jetzt müssten ja eigentlich genügend Nachahmer sozusagen, aber im positiven Sinne, denn das war auch immer unsere Intention, also über unser eigenes Wirken hinaus andere zu inspirieren, müssten die eigentlich entstehen. Und es sind eigentlich, ja, es ist eigentlich kein, nicht wirklich irgendwas entstanden. Und das zeigt, dass es wohl doch sehr schwer ist. Und ich glaube aber, das Schwere ist nicht die Akkreditierung, sondern das Schwere ist wirklich immer noch das Denken in den Köpfen der Gesellschaft, in den, also die, es ist ja nicht so, als würden irgendwie alle Leute, die ein Studium suchen, gerade sozusagen verzweifelt solche innovativen Hochschulen wie uns suchen und dann leider an die Statik gehen, sondern die wissen gar nicht, was ihnen fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Köpfe der Menschen bringen, wir, also sozusagen, die Gesellschaft ist so verdorben durch dieses langweilige Bildungssystem. Ja, und ich hab das, hab das zum Beispiel gemerkt, weil wo eine Schnittstelle ist zwischen so Schule und dem, was wir tun, ist, wir haben so, das haben wir Code- und Design-Camps genannt, so Schüler-Programmier-Ferien-Camps quasi, also über vier Tage in ganz vielen deutschen Städten gemacht in den letzten Jahren. Und da kamen dann so 100 Schüler, die konnten sich dafür anmelden, die haben dann, also das war dann ein sogenannter Hackathon, auch sehr ähnlich wieder, weil da wollten wir auch ein bisschen unser didaktisches Konzept sogar schon vor der Gründung der Hochschule ausprobieren. Die kamen da hin und es lief dann genauso, wie ich das eben beschrieben habe, durften sich dann irgendwie Projekte aussuchen und zusammenfinden. Jetzt war das erstmal sehr süß zu sehen, weil so Schüler, die sich halt nicht alle schon kennen, weil es war halt schulübergreifend, die sind erstmal sehr schüchtern und das ändert sich radikal nach Tag 1. Aber vor allem auch war das so, an Tag 1 war ganz viel Ernüchterung bis hin zu, also war die Stimmung echt angespannt, weil dann viele meinten so, wie ich, meine Mutter hat mich ja angemeldet und meine Eltern, ich dachte, das sei ein Kurs, ich kann doch gar nicht programmieren und jetzt wie, was, das kann ja gar nicht funktionieren. Und alle waren so völlig geschockt, so von wegen, weil da war das auch so, wir hatten ganz viele so Coaches, die freiwillig geholfen haben als Ehrenamtler, aber wir haben keine, keine richtigen Kurse vermittelt, sondern wir haben halt gesagt, naja, hier, guck mal, hier ist YouTube, hier kannst du dir, Videos raussuchen zu bestimmten Themen und wenn du Fragen hast, fragst du die Coaches oder halt die anderen Schüler, weil auch unter den Teilnehmern waren viele, die hatten schon Vorerfahrung und das haben die am ersten Tag echt nicht geglaubt und haben gedacht, das wäre hier ein riesen Humbug und Betrug so ungefähr. Und am zweiten Tag haben die dann gemerkt, ja, stopp, das geht ja. So, und am dritten, also, beziehungsweise am dritten und vierten Tag ging es richtig los und am vierten Tag haben die alle Projekte vorgestellt, ja, immer in einer Gruppe und da gab es bestimmt Leute, die haben irgendwie mehr in dem einen Bereich gemacht und mehr in dem anderen, aber durch dieses Zusammenwirken hat das, hat das echt toll funktioniert. Das heißt, überhaupt diesen, diesen Mut in den Leuten zu wecken, sich wieder, ja, des eigenen Verstandes zu bedienen und selber Wissen zu erschließen und so. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt das, was gerade immer noch am schwersten ist und was auch uns manchmal zurückhält, wo ich ja eben schon darauf ansprach, dass, ähm, das tatsächlich auch, äh, ja, uns sozusagen als Alternative zu anderen Hochschulen immer wieder bekannt zu machen, schwerer ist, als man denkt. Hier sehe ich wieder die Chance, ähm, ich war zwischendurch, äh, in den letzten Jahren immer in der Hoffnung, hey, äh, da ist dieses Internet, äh, dann darauf, äh, aufbauend, äh, Social Media, äh, aber Social Media wird auch mittlerweile eben genutzt mit, für tolle Inhalte, Menschen, äh, geben Wissen weiter, das ist doch alles da, aber es ist ein Mythos, dass nur weil alles da ist, wir es auch nutzen, weil wir druckbetankt sind von, wir gehen jetzt gerade in TikTok rein und dann sind sieben Stunden rum und wahrscheinlich haben wir nicht, äh, sind wir nicht Wissen daraus gegangen oder haben das mitgenommen, was du jetzt oft, äh, beschrieben hast. Umso wichtiger ist es ja eigentlich, genau solche Aktionen zu machen und jetzt, indem ich dir gelauscht habe, denke ich mir, wow, äh, wahrscheinlich waren da nur strahlende Gesichter, äh, man hat was mitgenommen, äh, es kann ein Multiplikator sein. Das ist ein unglaubliches Selbstwertgefühl, ne? Ich hätte alles, ich hätte alles verfilmt, ähm, äh, ich bin, ich habe Videos, ich schicke sie dir, also auf YouTube sogar. Ich bin heute, ich bin heute, ich fahre hier heute am Karneval, ich fahre nicht auf die Piste, sondern ich fahre zu einer Videoproduktionsfirma, weil ich genau darüber sprechen werde, dass wir genau solche Aktionen, die haben übrigens gerade einen, äh, einen Kohort aufgemacht in Berlin, wir können eigentlich eine Aktion machen dabei, voll verfilmt, äh, du hast alles, was du brauchst, Project-based, Game-Challenge-based, alles ist mit dabei, alle haben Spaß, verfilmen, rausjagen, und das wird der Domino-Stein, äh, der Domino-Effekt sein, das kriegt dann irgendeine Lehrkraft, die jetzt gerade auf Instagram durchswipet und dann die strahlenden Kinder mitkriegt, kein Lehrer-Bashing, es sind, wie du sagtest, Coaches mit dabei, du kannst es machen, jetzt werde ich ein bisschen euphorisch. Also ich gebe dir gleich Links, die musst du auf jeden Fall irgendwie verlinken, weil wir haben zwei ganz tolle Videos von diesen Art, dieser Art von Camps und die sind wirklich, die zeigen das. Absolut mega, weil es, absolut, und ich, das ist eben auch so schön, es ist eben nicht davon abhängig, dass ich es in der Schule mit tausend Anträgen durchkriegen muss, ihr habt es gemacht, ich kann hingehen, ähm, hab Spaß, und das ist für mich so ein, für ein bisschen, ähm, so Parallelen zu, wenn der klassische Mittelständler sagt, ich kann doch mein Geschäftsmodell nicht angreifen, ja, nimm doch einen geschützten Raum und teste mal rum. So, und jetzt kann ich sagen, ich gehe mit meiner Klasse in einen geschützten Raum bei euch und sehe dann auf einmal, wir wollen es ja sehen, ne, also wir können nicht sagen, äh, ja, ist toll, du musst es erleben. Wenn du es dann jetzt auch noch verfilmt siehst, äh, sag ich mir, hey, lass es uns doch machen und ich überlege die ganze Zeit, wie kriegt man denn jetzt noch mehr dazu, äh, dass sie es machen, weil, und das ist jetzt genau das, jetzt sagen viele ja Lehrplan und wo, wo kriegen wir denn noch Zeit, da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren. Ja, aber kann ich dazu nochmal was sagen, ich finde nämlich einen Fehler, den wir auch machen, das, also denke ich mir immer, das, das haben immer alle tierisch Panik, dass man irgendwie, ne, dass man, dass man die Kinder verdirbt oder irgendwas aus Versehen weglässt und dann so eine ganze Generation irgendwie hat dann einen Hauweg. Das, also ich glaube generell haben wir, wir reden ja, wir leben ja auch im Zeitalter der Helikoptereltern und, und wir machen uns so viele Gedanken darüber, welchen Einfluss Erziehung hat und Schule und ich habe das Gefühl, dass Menschen und Kinder viel resilienter sind, als wir denken und dass letztendlich diese, also das, das, das wir viel mehr Mut zur Kreativität und, und ausprobieren haben sollten, weil ich glaube, wenn das wirklich so wäre, dass sozusagen, oh Gott, wenn man da im Lehrplan irgendwie was vergisst, dann sind die Kinder, dann ist eine ganze Generation irgendwie schlechter für den Arbeitsmarkt. geeignet als davor, dann wäre das doch schon oft passiert und ich finde auch, ich habe generell übrigens, das ist auch nochmal eine interessante Beobachtung, ich sprache eben, ich finde es immer wichtig auch international zu schauen, weil es ist immer leicht so hier in Deutschland, hier in Deutschland, ich glaube die meisten Länder haben ähnliche Probleme, ne, auch mit ihren Schulen, aber, also man hat ja auch noch nie gehört, dass es irgendwie ein Land gibt, wo bestimmte Menschen einfach grundsätzlich intelligenter und fähiger sind, also so, also keine, gibt da keine Ausnahmeländer, oder? wo man sagt, boah, die sind im Schnitt doppelt so smart wie Deutsche oder so. Das heißt, ich glaube, wir überschätzen auch oft dieses, ja, dieses, wie viel Einfluss man da haben kann. Viel wichtiger ist eben auch, auch den Menschen für ein glückliches Leben zu sorgen und, und ihnen irgendwie ihre Rolle zu finden und so und ich habe also nicht das Gefühl, dass, wie gesagt, irgendein Land ein Schulsystem gefunden hat, was dafür sorgt, dass deren Menschen einfach 30% effizienter sind als unsere, also zumindest kein entwickeltes Land. Das heißt, ich glaube, es gibt auch so einen Deckel nach oben in dem, was man da wirklich erreichen kann, aber wir müssen sie jetzt halt auf diese komplexe, vielfältige Welt vorbereiten. Das ist eben der neue Schritt. Und ich bin massiv interessiert eben an Umsetzungen, an Möglichkeiten. Jetzt fällt mir dazu auch eine Frage ein, wenn man sich überlegt, wie machen wir das jetzt in der Schule? Weil ich kenne das noch von früher. Ich hatte, glaube ich, in all meinen Jahren einmal, glaube ich, eine Projektwoche. Ich auch. So, einmal. Das war dann aber der Klassiker. 13 Jahre. Ja, genau. Eine Woche und eigentlich haben wir nichts gemacht und irgendeiner hat was abgegeben, damit wir auf dem Papier, so, wir haben gemacht. Und sollten wir jetzt nicht einfach mal so maßabplanmäßig, das wäre doch total verrückt zu sagen, aber wisst ihr was, wir machen jetzt mal zwei Wochen in allen Schulen, testen wir mal rum. Das wird sich, ich bin ein bisschen visionär, glaube ich. Ja, so deutschlandweite. Aber weißt du so, ich weiß, ich weiß, gehen wir mal von Utopie weg, aber vielleicht kriegt man ein paar, die es einfach echt machen. Weil, wie du sagst, was soll denn in der Zeit schon passieren? Durch Corona befeuert haben wir gemerkt, wie nicht digital, wie nicht ausgestattet wir sind, wie viel da brach gelegen hat. Und jetzt, mein Gott, dann einfach, oder jeden, was weiß ich, jeden Freitag, also wirklich, wir machen die vier Tage Woche in der Schule, macht es so, wie ihr denkt, das ist. Aber dann macht doch jeden Freitag ab jetzt mal TED-Talk-Tag dort, Code-Project dort, I don't know, die Lehrkraft hat das und das. Also, ich versuche irgendwie gerade so Impulse zu geben, um zu sagen, weil du ja auch sagst, wie bereiten wir darauf vor, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Lehrkräfte, macht es einfach und setzt es durch. Und dann machen die ersten, machen eine zwei Wochen Projekteinheit, die nächste eine Woche und dann kriegst du es mit. Und dann sagst du, ja, warum machen wir jetzt eigentlich nicht alle drei oder alle vier Wochen eine Projektwoche? Weil übrigens, was bei Projektwoche auch potenziell, also, ich sag ja immer, ich bin kein, ich war selber nie Lehrer, ich bin kein Experte für Schule und ich kann mir vorstellen, dass es in der Praxis oft nicht so leicht ist, auch da so große, also so heterogene Gruppen von Kindern auch aus sozialen Hintergründen zusammenzubringen und so weiter. Aber ich möchte daran glauben und ich glaube auch halt heute daran, dass viel mehr Eigenmotivation in jedem einzelnen Menschen steckt, sozusagen, egal, ob es eigentlich so heute der Schulraudi ist, der die ganze Zeit nur mit Problemen und Schlägereien auffällt, dass man aber auch den eigentlich nicht zwingen müssen sollte zur Schule, also in der Schule zu leisten, sondern dass man Wege finden kann, wie sich, wie alle wirklich so viel Spaß daran haben, dass sie es gerne tun. Also Thema Projektwoche, wenn, oder ich habe auch schon öfters natürlich irgendwie die Gedanken schweifen lassen, überlegt, wie müsste denn Schule heute aussehen? Und habe mir halt gedacht, ich glaube sozusagen nach der, also man bräuchte wahrscheinlich irgendwie eine Grundschule, die diese Grundfähigkeiten vermittelt, durchaus, da kann man vier bis auch sechs Jahre so arbeiten, glaube ich, wie Schule heute oft arbeitet. Ich war zum Beispiel, mit der Grundschule war ich echt zufrieden, also ich hatte eine gute Grundschulzeit. So, und danach muss man aber eigentlich in meinen Augen viel mehr weggehen von Fachthemen und viel mehr auf dieses sehr flexible Projekte und vor allem sehr stark halt getrieben durch das, was die Schüler wollen. Also ich würde sagen, es gibt noch eine Schulpflicht im Sinne von, man muss in der Schule sein, aber ich würde gar nicht so genau darauf gucken, du musst jetzt hier in dem Projekt leisten. Wenn die Kinder in der Schule abhängen, dann werden die schon auch irgendwas Sinnvolles mit ihrer Zeit tun und wenn das Sinnvolles dann heißen kann, du kannst irgendwie hier die ganze Zeit Hip-Hop-Songs machen, weil ihr habt eine Hip-Hop-Song gebandt, also du musst natürlich dafür sorgen, dass auch mal ein bisschen Vielfalt da ist, aber wenn die Schüler, wie man sich das vielleicht vorstellt, auch in so einem Jugendheim, was sie in der Freizeit oft hingeht, diese Jugendnetzwerke, da machen die ja auch, worauf sie Bock haben, werden dabei unterstützt. Und ich glaube, das müsste die ganze Zeit in der Schule passieren und viel mehr Freiwilligkeit gefordert sein, weil was das halt ganz stark mit trainieren soll, ist halt auch dieses Selbstgesteuerte, dieses Eigenverantwortung übernehmen und nicht dieses sozusagen, da kommt jemand und serviert dir Bildung auf dem Besilbertabett oder sagt dir, was du zu tun hast oder später dein Chef, weil du bist angestellt. Das ist dieses total altindustrielle Denken sozusagen, du bist jetzt irgendwie der Knecht von irgendwem anders und du musst, sondern so viel mehr so, was möchtest du denn oder was oder nimmer dein Leben selber in die Hand. Und ich glaube, alleine dieses Mindset viel stärker zu prägen in der Schule, das wäre auch schon wichtig. Ja, das ist super spannend, weil genau das ist auch das Missverständnis, wann machst du was? Weil ich habe jetzt Grundschulen besucht und das ist wirklich, da merkt man, wie wichtig es ist, dass du eine Lehrkraft hast, die begeistert. Ich war jetzt letzte Woche an der Grundschule, es war super Thema, was musst du eben doch noch können, damit sich Konzepte im Kopf entwickeln, zum Beispiel Kopfrechnen zum Beispiel, das kann echt Spaß machen. Ich war dann, erstmal habe ich fünf Minuten darüber gesprochen, wie ich mit meinem Neffen schwimmen war, also ging es erstmal gar nicht um Mathe. Wir hatten alle total Spaß, Thema Empathie, du kommst in eine Diskussion, dann ging es an die Tafel, hör mal, wir haben einen Trick, den zeigen wir dir jetzt mal, den kannte ich noch nicht, dann habe ich einen Trick gezeigt, dann wurden nach einer halben Stunde alle hibbelig, ich weiß nicht, wie du früher drauf warst, ich, also für mich war das ein Grauen, immer 45 Minuten sitzen, ich musste raus und dann sagt. Also ich habe ADHS. Ja, aber das war so cool, dann sagt die Lehrerin und jetzt alle raus und die mussten einfach mal laufen. Ich so, was ist los? Ja, du hast gemerkt, die werden jetzt ein bisschen, ne, und dann raus. Das ist mega und du kriegst mit, hier brauchen wir so eine Guidance, wir brauchen eine pädagogisch ausgebildete, wir haben ein super System dafür, Lehrkraft und ich sage mir so, super, alles, was du gerade gesagt hast, Grundschule, der Mensch, die Grundfertigkeiten, lesen, rechnen, schreiben und dann geht es irgendwann, und da tun wir uns, glaube ich, so schwer, also wie sieht es denn dann irgendwann aus? Aber mein Gott, dann lass uns doch mal testen und dann einfach machen und umsetzen. Wenn die Zeit rast, dann tickt ja, und als du vorhin gesagt hast, selbstgesteuert, dieses Thema, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, wie lehren wir den dann irgendwann? Ich muss mit meinem Neffen, der ist fünf, jetzt nicht über KI sprechen und Konzepte, mit dem gehe ich schwimmen, balancieren, Mensch ärgere dich nicht spielen, der soll mit anderen Kids unterwegs sein. Aber irgendwann, also wie kriegen, also wie würdest du denn das einführen, dass man wirklich dann irgendwann auch aus der Schule rausgeht, weil es ist ja auch ein Mythos eigentlich jetzt so, es ist überall da, ihr müsst doch eigentlich, wie ist denn die Erfahrung vielleicht von deinen, von euren Studenten, Studenten, dass man jetzt sagt, ja, es ist ja bei YouTube und so, wie gehen die denn damit um? Weil ich glaube, da muss man sie doch auch noch an die Hand nehmen, wo finde ich etwas? Wie bringe ich mir etwas bei in der Abfolge? Ja, total, genau, also da muss man, glaube ich, vor allem Situationen und Formate für schaffen, wo sie das ja auch selber erfahren. Also ich glaube, das ist letztendlich, das sind Fähigkeiten und Fähigkeiten lernst du vor allem durch Learning by Doing, aber du musst natürlich immer wieder Situationen kreieren, wo sie also auch das dann richtig spüren und merken. Und klar, natürlich soll das ganz viel unterstützt werden durch irgendwie auch zum Beispiel kritisches Denken ist, glaube ich, total essentiell in unserer heutigen Zeit mit den ganzen irgendwie, also Fake News und ich meine, AI und Deepfakes und so, das ist ja auch nochmal eine Sache, die also, und generell demnächst unterscheiden zu können, was ist überhaupt Mensch, was ist Maschine? Das wird ja noch richtig kompliziert. Und natürlich müssen wir das auch immer wieder vermitteln und so, aber ich glaube, auch da wird oft unterschätzt, wie viel besseres Gefühl doch dann auch viele schon dafür entwickeln. So, aber das generell, ich glaube mal, ein ganz großes Problem übrigens, was die Schule ja heute auch hat, also ein, in meinen Augen, gigantisches, was übrigens nochmal was ganz anderes ist, was man auch vielleicht anders lösen könnte, aber auch durch Projektbasis lernen, ist Berufsorientierung. Ich meine, das ist doch total random, also so, wenn du mal zuhörst, die Leute ihre Berufe gefunden haben und ob die überhaupt an der richtigen Stelle geendet sind, das ist also, an der Schule wird ja gar nichts geleistet eigentlich, um so richtig rauszufinden, was man machen will. Deswegen prägt das soziale Umfeld total und das sind ganz oft auch dann die Eltern und so und das ist ja dann wieder das, was wir eigentlich irgendwie reduzieren wollen, damit also nicht jeder da irgendwie in seinem Umfeld bleibt nur. Und das heißt, also das finde ich auch ganz schlimm, dass also da so wahnsinnig viel Zeit in der Schule auf all diese Sachen verwendet wird und danach die Leute so, ja, und jetzt könnt ihr ja mal gucken, was ihr macht. Und das finde ich auch unglaublich. Und das würdest du ja auch durch dieses, wenn du halt den Schülern schon viel mehr, viel früher eigentlich sagst, hey, überleg doch mal selber, was interessiert dich und so, dann würdest du das schon mehr vorwegnehmen. Und ich bin selber noch nicht Vater, aber ich habe von ganz vielen Eltern gehört, dass also spätestens als Elternteil lernst du irgendwann, du kannst noch so sehr wollen, dass dein Kind also sich auch für das und das Thema interessiert wie du, aber es passiert dann halt oft nicht und das ist auch okay. Also sozusagen nur, weil wir denen irgendwie immer wieder versuchen, die Begeisterung für irgendwas zu wecken, muss das nicht immer passieren. Also das heißt, ich glaube, man muss ganz viele Inspirationsmöglichkeiten bieten, aber dann auch irgendwie jeden halt seinen Weg einschlagen lassen und nicht ewig drauf hämmern. Haben wir vielleicht auch noch ein, ich will es gar nicht Generationsproblem nennen, aber es ist natürlich so ein Hardcut jetzt so von, wo Eltern und Großeltern eigentlich noch dahinterher sind, wenn du diesen Abschluss hast und dann diesen Weg gehst und dann fängst du an, ich mache jetzt aber nicht, also ich habe jetzt einen Bachelor gemacht, super, ich sage jetzt mal an einer ganz normalen Uni, ich nenne sie jetzt mal normale Uni, und jetzt so, ah, Master wäre jetzt auch schön, jetzt sagt die Person dann den Eltern und Großeltern, dann mache ich jetzt aber mal an einer völlig neuen Uni und Project-based und dann denken die aber im Moment, also du musst und so, spielt das auch wieder eine Rolle, dieses, wie willst du es denen erklären, weißt du? Oder selbst wenn du noch, nee, wenn du Abi hast vielleicht sogar und dann der größte Traum, ich kenne es von meinen Eltern, also ich habe ja studiert und man dachte so, hey, jetzt der erste Akademiker in der Familie, das war ja noch mal eine andere Zeit, aber es ist vielleicht immer noch so ein bisschen so, also wie, trotzdem habt ihr ja Abschlüsse, wie du sagtest, wie Christian Betscher und dann bald Master, aber dieses, wie man es macht, sind das vielleicht dann noch Ängste, die sich dann projizieren auf, so Jobsicherheit und wie kann man also das, aber wie Christoph, jetzt bin ich eigentlich wieder, jetzt sind wir eigentlich wieder beim Aufklärungszeitalter, wenn alle Studien, vielleicht wissen viele eigentlich gar nicht, dass in ein paar Jahren eigentlich der größte Teil der Jobs sich ständig neu generiert, also wie will ich denn jetzt sagen, dadurch habe ich eine Garantie, sondern genau das, was du gesagt hast, ihr seid eigentlich ein dreijähriger Hackathon und das bereitet genau darauf vor, dass ich vorbereitet bin, einen Job zu haben, weil sich die Jobs ständig neu entwickeln. Richtig, total. Also das wird, also ich meine, dadurch, dass wir eine junge Hochschule sind, ich glaube mittlerweile haben wir jetzt erste Absolvierende, die auch sehr erfolgreich irgendwie auch für große Unternehmen arbeiten und so, das ist jetzt weniger und weniger ein Problem, aber am Anfang war das tatsächlich manchmal so, dass wir echt Studierende hatten, also Leute, die bei uns studieren wollten, die also die Tränen geweint haben am Telefon, als ich mit ihnen gesprochen habe, weil sie irgendwie meinten, ich will unbedingt und so, aber meine Eltern, meine Oma oder was, die erlauben das nicht und die sagen, sie wird mir sozusagen jegliche Unterstützung entziehen, wenn ich das mache, also heftig. Und deswegen muss ich jetzt hier an staatliche Hochschule XY, weil das irgendwie sicherer ist oder so. Und ja, das gibt es natürlich immer wieder, aber ich glaube eben genau das, was du sagst, ist ja, die Zeiten ändern sich und das Leben wird ja immer schnelliger und die Wirtschaft immer mobiler und das ist ja auch schon geworden, das sehen wir auch schon alle, also es ist ja eigentlich mittlerweile normal, also ich kenne nur Menschen, die so maximal fünf Jahre bei einem Unternehmen gearbeitet haben, so eigentlich im Schnitt, also und dann halt wechseln, also diese Karrieren auch bei ewig bei dem selben Unternehmen, so die entstehen ja eigentlich in den letzten 20 Jahren, dann sind die, glaube ich, kaum noch entstanden und das ist oft aber noch das Bild, was man hat und das wird sich natürlich weiter beschleunigen und deswegen sage ich den Leuten auch immer, viele immer sagen sozusagen, du bist ja Unternehmer, das ist ja jetzt das Extrem sozusagen, als Unternehmer machst du da ständig irgendwas anderes und ist das nicht unsicher und so, dann sage ich, du, ganz ehrlich, wenn ich also, wenn ich nur eine Fähigkeit hätte, die ich irgendwo als Angestellter in einem bestimmten Industriezweig abliefern kann, dann würde ich mir Sorgen um meinen Jobleben machen, weil dann bin ich halt sehr abhängig von anderen, aber als Unternehmer bin ich jemand, der sich immer anpasst und der immer neue Dinge machen kann und dasselbe gilt halt eben auch für Leute, die das in anderen Disziplinen machen können, das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass, das ist aber, glaube ich, auch eine, so wahrscheinlich eine menschliche Eigenschaft, also wahrscheinlich war das auch schon immer eigentlich so, dass die Anpassungsfähigen die Guten waren und das haben aber schon immer die manchen nicht verstanden. Ja, und ich glaube einfach aus den Gesprächen der letzten Jahre jetzt vermeintlich, habe ich verstanden, dass es eben so ein Big Shift gerade ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, womit willst du es vergleichen? Vielleicht von Agrarwirtschaft, wo halt 95 Prozent am Land gearbeitet haben zur ersten industriellen Revolution, jetzt sind wir halt an den Maschinen, dann, keine Ahnung, Computereinführung, dann Internet und jetzt, deshalb finde ich das so wichtig, eigentlich nicht so einen Hype um KI zu machen, sondern es aufzunehmen und erst mal zu sagen, auch wenn es jetzt abeppt, das ist eigentlich für mich die größte Sorge, jetzt hatten wir den ChatGPT-Hype, weil es eben schön UI-technisch für uns zum Spielen das erste Mal so war, dass ich bewusst damit was machen kann, wow, aber eigentlich war es ja gar nicht neu, es war halt zugänglich für alle, sich aber damit zu beschäftigen, was hat das jetzt noch mal für Auswirkungen, in welchen kurzen Zeitabständen jetzt wirklich noch mal, vielleicht nicht erst in zehn Jahren 70 Prozent Jobs sich neu entwickeln, sondern vielleicht in fünf Jahren schon und wir eben mit, also in Symbiose mit KI arbeiten werden, wie nehmen wir das jetzt auf? Und das kommt jetzt wahrscheinlich alles so schnell und dann auch noch in kombinatorischen Effekten, das war ja in der Menschheitsgeschichte noch nie so. Und jetzt bin ich bei einer Aussage, die habe ich mal bei Yuvel Harari gesehen, wenn man immer fragt, ja, was muss man denn noch können? Also jetzt neben Grundrechenarten, Lesen, Rechen, Schreiben, Basis und dann trotzdem sich neu, einerseits natürlich ständig in der Lage sein, sich selbst Dinge neu zu bringen und sich, ich sag mal, in Projekten zurechtzufinden, kommunizieren. Und das Zweite ist emotionale Stabilität. Weil ich glaube, es wird jetzt kommen, ob wir das wollen oder nicht und dann kommt ein Großteil, der sich jetzt nicht aufklären lässt, weil, das haben wir jetzt schon gesagt, es ist noch nicht in den Köpfen da, aber dann ist in fünf Jahren jetzt wirklich final, sind wir von Pferd und Kutsche zu über, sind Autos. Also ist die Arbeitswelt dann final anders. Und dann komme ich auf einmal damit zurecht, oh Mann, mein Job ist nächstes Jahr völlig anders, was mache ich jetzt? Und dann, weißt du, bin ich bei so einem Punkt, da, hu. Ja, es ist, also ich glaube auch, dass da ganz viel, also, genau, das ist letztendlich eine Fortsetzung von der Veränderung, die wir beiden, glaube ich, schon seit langer, langer Zeit sehen, technologischer Fortschritt und dass so eine KI dann der nächste Schritt ist, das war irgendwie klar. Es ist übrigens nicht nur Chat-GPT, es ist ja auch, also ich habe mich schon, also was mich besonders begeistert hat, war eigentlich ein halbes Jahr, Jahr vorher hier DALI und so, also die Bildgenerierenden. Vor allem, weil daran fand ich auch so interessant, dass irgendwie, du hast oft so gelesen, irgendwie, wenn immer gesagt wurde, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine, wurde immer gesagt, ja, die Kreativität, Menschen sind kreativ und dann so, nee, falsch, ne, also leider so genau Kreativität ist halt ehrlich gesagt das, was also wahrscheinlich sogar die KIs besser können, weil die ja auch einfach mehr gesehen haben als wir. Also das sieht man jetzt schon, weil das, was gut funktioniert, sind halt zum Beispiel im Fall von DALI sozusagen sehr freie, künstlerische KI, die also extrem kreativ alles verbindet, was sie schon mal gesehen hat. Das ist also gar nicht so einfach gesagt das Kernmerkmal, sondern ich glaube, Menschen sind halt einfach sehr vielseitig, sehr generalistisch und vor allem so Kreativität, die irgendwie begrenzt ist durch bestimmte Vorgaben und Grenzen und die in was reinpassen muss und so. Also wenn mehrere verschiedene Aspekte zusammengreifen müssen, da sind wir Menschen noch lange sehr gut. Und ich glaube auch daran, dass Künstliche Intelligenz, so wie wir das heute kennen, dass das uns Menschen besser und stärker macht und dass es halt also letztendlich die Krankenschwester von heute zum Arzt von morgen macht und das ist also, dass es letztendlich was Positives für die ganze Gesellschaft ist. So, man muss natürlich immer irgendwie die Übergänge sauber gestalten, so wie, keine Ahnung, wenn demnächst selbstfahrende Autos kommen, das natürlich erst mal sehr schmerzhaft ist für alle Leute, die als Taxifahrer und Uberfahrer und so weiter heute irgendwie an der Wirtschaft teilnehmen. Da muss man irgendwie Übergänge finden. Aber letztendlich profitieren wir davon natürlich alle super, weil dann wird halt Taxifahren unglaublich günstig und dann brauchen wir keine eigenen Autos mehr. Aber da siehst du ja schon die ganzen Veränderungen. Und es wird super viele Veränderungen geben bis hin zu dem Punkt, wir reden ja alle immer über Grundeinkommen und so, also hört man zumindest oft so in den Kreisen von Unternehmern, weil halt der Punkt gesehen wird, so wo gesagt wird, irgendwann müssen vielleicht gar nicht mehr alle Menschen arbeiten und das ist ja per se vielleicht auch gut, weil Arbeit ja auch nicht immer Spaß macht und das ist ja eine tolle Errungenschaft, es muss nur sichergestellt werden, dass erstens diese Menschen trotzdem irgendwie einen Sinn in ihrem Leben sehen, also deswegen müssen wir halt viel mehr fördern, was interessiert dich, was möchtest du eigentlich machen mit deinem Leben, wenn dir niemand mehr sagt, was du zu tun hast und das ist natürlich irgendwie, dass der Wohlstand gerecht verteilt wird und so. Aber ist jetzt ein bisschen weiter utopisch in die Zukunft gedacht, aber wir wissen alle nicht genau, wo dieser Punkt ist und du sagst es, es wird immer schneller und ich glaube in 50 Jahren kann die Gesellschaft massiv anders aussehen, weil das halt so ist. Wow, da waren jetzt aber viele Sachen mit dabei. Ja, da könnte man einen eigenen Podcast aus machen, weil das ist aber echt wichtig, wo ich sage, nochmal, da muss ich nicht mit meinem Neffen drüber sprechen mit fünf Jahren, aber das wäre jetzt zum Beispiel irgendwann in der Oberstufe sowas, wo ich mir doch eher so einen Podcast-Talk anhöre, dann mal vielleicht ein paar Leute einlade, anstatt die nächste rezeptartige Klausur zu schreiben, von der ich nichts habe, weil so ungewiss, wie dort die Zukunft ist, kann ich mich aber zumindest damit beschäftigen und diese Auswirkungen, gerade über KI zu diskutieren, das kannst du ja wirklich wieder so interdisziplinär machen, wo du sagst, der Philosoph trifft den Informatiker, trifft den Mathematiker, weil auch dieses Thema, ja schön, dass die KI so viel kann, am Ende des Tages ist es im Moment Statistik mit Computerpower und sie macht keine Fehler und wie schön ist es dann doch bei uns Menschen, dass wir eben Fehler machen und daraus Sachen entstehen und jetzt die Bedeutung ist, wir werden zum Beispiel im Juli ein KI-Festival machen in Heilbronn, da werden wir aus unserer Studie viel vorstellen, da wird abends live gespielt und da wird eine KI etwas generieren, aber die Musikband spielt dann, also so in Interaktion, also gemeinsam, weißt du, so testen und nicht, ja natürlich kannst du jetzt in einer KI was einspielen und dann vielleicht ist da auch, nennst du von mir aus kreativ, ja willst du dann in das Konzert gehen, wenn du nicht weißt, dass es die Person war und wegen der mit dem Orchester, weil die einfach was Unikates haben mit dem Dirigent, der irgendwie so cool ist, dann ist es ja auch ein Erlebnis und das ist genau jetzt projiziert, auf was du gesagt hast, ja wir haben mal 100 Stunden gearbeitet, dann 80, dann 40 und so viel ist repetitiv, ist doch schön, wenn man, weiß ich nicht, nur noch 25 arbeiten müssen, aber vielleicht sogar dürfen und es cool ist und auch noch kreativ, ist jetzt auch ein bisschen weit weg. Oder halt unglaublich, also irgendwann muss ja, irgendwann kann man sich nicht mehr vorstellen, wie schnell es gehen soll, aber oder halt immerhin noch immer 40 Stunden arbeitet, aber damit halt viermal so produktiv ist und die Welt noch besser macht. Genau das und nachdem, wir machen jeden Tag den gleichen mit Muskelkraft Akt, den müssen wir jetzt nicht mehr machen müssen und jetzt müssen wir jetzt nicht mehr jeden Tag 20.000 E-Mails lesen und repetitiv beantworten, sondern... Da sprichst du aber nochmal einen interessanten Punkt an, weil du sagst Muskelkraft und ein Thema ist schon, also wenn wir jetzt ein bisschen bei Zukunftsvisionen, weil die sollen ja eine Auswirkung auf die Bildung von heute haben, weil gerade Bildung ja lange angelegt ist, wenn wir darüber reden, dann ist ich glaube Muskelkraft sozusagen oder der Mensch als Roboter sozusagen jetzt mal böse gesagt, das wird noch ganz lange nicht ersetzt werden. Also erstens, weil wir sind also unglaublich gute Roboter, also wir sehen ja immer die Videos, manchmal die lustigen, wo sie das dann irgendwie nachbauen und das ist teilweise beeindruckend, aber das wird noch lange dauern und ist auch teuer und vor allem aber auch in so Bereichen wie Altenpflege, aber vielleicht auch so Gastronomiebedienung und so weiter. Wir wollen ja auch, wer will denn da einen Roboter haben? Wir noch keiner. Ja, exakt. So und das heißt, eigentlich was passiert schon und auch passieren wird, glaube ich, weiter ist, es wird halt ganz viele Menschen geben, die entweder sozusagen die, also vor allem auch viel Körperliches machen und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur die harte Arbeit, sondern eher so im Service, in der Pflege, so in all dem. Übrigens auch alleine schon deswegen auch eine Schere, die da entsteht, weil das sind ja Menschen, die ja so örtlich anwesend sein müssen. So und dann gibt es, und das trifft ja auf mich und auf uns heute auch schon oft zu, wir können ja mittlerweile schon uns aussuchen, von welchem Ort wir arbeiten, aber dann gibt es die Menschen, die also die, die sozusagen diese Wissensarbeit leisten, die also sich sozusagen durch die KI irgendwie vielleicht neue Dinge kreieren, aber der Teil in der Mitte, der, über den, für das das ganze Bildungssystem heute eigentlich oft ausgerichtet ist, der erodiert halt gerade. Also die Berufe, die man bisher dachte, die sehr, 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 also sehr, sehr hoch auch angesehen waren, wie irgendwie Anwälte, also vor allem Anwälte, die halt viel, sag ich mal, schriftlich arbeiten. Ich denke jetzt nicht an die Leute, die da vor Gericht irgendwie, wie in den Sendungen arbeiten, oder die, die Buchhalter, oder die, keine Ahnung, Bankangestellten. Also all diese Dinge, die zwar viel Wissen erfordern, aber halt auch nicht so super krass neue Innovationen hervorbringen, die werden wahrscheinlich sich sehr verändern. Und darauf ist das Bildungssystem in meinen Augen vor allem gerade ausgerichtet, also auf sozusagen durchschnittliche Wissensarbeiter. Und die werden, glaube ich, halt jetzt sich verändern. Also wir müssen aufklären. Ich, ich will so zum, zum Ende hin nochmal auf das Thema Finanzierung kommen, weil wir uns so schwer tun, dieses, es ist auch abhängig vom Geld, ne? Und du hattest einen interessanten Aspekt vorhin im Vorgespräch, weil ich bastle und plane da ja auch an der Möglichkeit, gerade für, gerade für den Schulbereich. so, was, das war, eigentlich müsste man doch jedem, jeder Schülerin, jedem Schüler einen Betrag X geben. Also, wenn wir jetzt mal, ähm, ähm, visionär, nicht visionär denken, sondern euphorisch, äh, und optimistisch, dass die Gelder, die irgendwie verpuffen, äh, von Land und Bund, wo sollten die hin? Anstatt dahin, äh, ich glaube, was, was war der Gedanke? so, gibt doch jedem Schüler oder jeder Schülerin oder auch jedem potenziellen Studenten ein Budget, sozusagen Bildungsbudget. Also ich, lass mich nochmal generell sagen, also ich bin ja wirklich, obwohl ich, also mein ganzes Herz an Bildung und sozialen Sachen hängt, bin ich von der Überzeugung, von dem, was wirklich funktioniert und was Wirkungskraft entfalten kann, der Realität, bin ich Unternehmer durch und durch. Und deswegen, ich habe auch so viel geredet davon, von selbstgesteuerten Lehren oder von, von der Selbstwirksamkeit und den Leuten das Gefühl zu geben, also ihr eigenes Schmied ihres Glücks zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass das eigentlich fast immer funktioniert. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Bildung so schlecht funktioniert, ist, weil das einer der Bereiche ist, wo immer noch so ein bisschen Planwirtschafts-Style irgendwie von oben herab, der Staat sagt, ich weiß, oder der Lehrer sagt, ich sag dir jetzt, was du lernen musst. Und, und viel zu wenig halt sozusagen, der, das Individuum, der Konsument irgendwie die Entscheidung mittrifft und das dann oft aufgedrückt und erzwungen ist und ineffizient. Und deswegen glaube ich, wir müssen irgendwie viel mehr dahin, den, den, den Schülerinnen und Schülern viel mehr Vertrauen zuzusprechen und halt auch ihren Eltern teilweise, ja, dass, dass sie selber entscheiden können, was wohl gute Angebote sind, die sie interessieren. Und zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, jeder Schüler kann sich irgendwie im Monat bei, keine Ahnung, Online-Plattformen anmelden für 25 Euro im Monat oder was weiß ich nicht. Es gibt da ein Budget. Das muss der Schüler gar nicht zahlen, sondern das wird irgendwie vom Staat vergeben. Ich, ich bringe mal das Beispiel, so ein bisschen wie bei den Corona-Tests, ja, da war das ja auch so, jeder konnte plötzlich irgendwie eine Corona-Teststation anbieten und die wussten, sie kriegen das dann vom Staat erstattet für die Leute, die da hinkommen. So, wenn man das jetzt mal umsetzt auf sowas wie Bildungsportale, dass dann auch so tolle Sachen wie das, was zum Beispiel du anbietest und viele andere, dass das wirklich auch allen zugänglich ist, so, dass das wäre in meinen Augen noch etwas, was so leicht umsetzbar ist und dann, dann entfachst du wieder diese unglaubliche Power von Unternehmertum und selbst von irgendwie Venture-Capital-Investoren und so, weil für die würde sich das dann auch lohnen, eine Bildungsplattform mit aufzubauen, weil wenn die dann viele Schüler kriegen, dann kriegen die sozusagen viele dieser Bildungsgutscheine vom Staat und so. Also, du musst das kapitalistische System einbinden, ansonsten wird es immer ein Rohrkampierer sein. Das ist, glaube ich, einfach das, was wir sehen. Und das kapitalistische System hat viele Nachteile und gerade im Bildungsbereich klappt es gerade nicht immer, aber es ist das Beste, was wir jemals gefunden haben, muss man halt auch sagen, weil alle anderen sind halt Träumereien. Und das will ich irgendwie mehr machen. Und die Politik, ja, Bildung und Kapitalismus ist echt ein heiktes Thema in Deutschland. Wir haben noch viel vor. Ich fand das, ich fand das, ich fand das, ich fand das einen guten Abschluss. Ich möchte dich trotzdem noch ganz zum Schluss fragen, was wünschst du dir für dich für die nächsten ein bis fünf Jahre? Also, ich wünsche mir, für mich persönlich vor allem, dass ich manchmal ein bisschen ruhiger wieder schlafen kann, weil es ist eine große Verantwortung, so eine Hochschule, also nicht nur sozusagen aufzubauen und innovativ zu halten, sondern auch am Leben zu halten. Es ist immer noch, also ist immer noch nicht sozusagen selbstverständlich, dass selbst nach so einer Erfolgsgeschichte wie bei uns, dass das immer so bleibt, weil dafür müssen wir immer noch, also haben wir immer noch nicht eine kritische Größe erreicht. Und ich würde mir deswegen vor allem wünschen, dass wir weiter wachsen können, dass mehr und mehr, also Studierende, übrigens aus aller Welt bei uns, aber halt speziell auch aus Deutschland, zu uns ihren Weg finden und wirklich ihre eigene Selbstwirksamkeit entdecken und irgendwann dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren da draußen sind und total dankbar sind und auch irgendwie wieder zur Community zurückgeben. Das sehe ich gerade schon und das würde ich gerne weiter so fortsetzen. Und ich würde mich natürlich freuen, auch um sozusagen das, was wir da machen, noch mehr und größer und besser und auch schneller vielleicht in die Breite zu bringen, dass sich auch mehr Leute finden, die sich vorstellen können, da wirklich auch mal Geld in die Hand zu nehmen. Seien das Politiker, ich weiß, das ist sehr schwer, aber seien das, das ist wahrscheinlich fast noch wichtiger, vermögende Menschen. Und die meisten Menschen sind schon sehr viel früher vermögender, als sie selber denken. Also sozusagen Leute, die wirklich was zurückgeben möchten, können sich bei solchen Projekten wie unserem engagieren. Und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr passiert, dass auch da die Leute die Verantwortung übernehmen, selber was zu ändern und nicht auf die Politik zu warten. Toll. Ich habe dir im Vorgespräch was gesagt, was ich so dieses Jahr probiere. Ich finde den Drive mega. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir uns hier nicht das letzte Mal gesehen haben, weil wir haben ja echt eine Aufgabe und ich finde, der Zeitpunkt ist genau richtig. Er ist notwendig. Wir können was bewegen und ich danke dir für den Tor. dass ich auf jeden Fall